hallo ihr lieben und recht herzlich willkommen beim nette leute treff eurem ü40 freizeittreff im ländle und es ist dienstagnachmittag und allerhöchste zeit für unser nächstes video ihr wartet schon alle drauf und wo es diese woche hingeht am freitag das erzähle ich euch wie immer nach dem intro dranbleiben es lohnt sich so wie ihr seht bin ich auf dem weg der besserung von daher kann es jetzt auch wieder losgehen unser nächster termin ist am kommenden freitag um 19.30 Uhr und zwar möchte ich mit euch gerne mal wieder zum kegeln gehen eine richtig schöne kegelrunde mit euch zusammen eine ruhige kegel eine ruhige kugel schieben das wollte ich sagen da freue ich mich schon drauf und zwar am kommenden freitag um 19.30 Uhr wir haben ja eine kegelbahn hier bei uns in kornwestheim im car unten im keller noch relativ neu richtig schön zum kegeln da macht das kegeln auch spaß und anschließend geht es natürlich nach oben ins restaurant den abend noch ein bisschen ausklingen lassen ein schönes aber röllchen ein schönes glas wein was ihr auch immer trinken möchtet und da freue ich mich schon richtig drauf merkt euch schreibt euch auf freitag 19.30 in kornwestheim im car anmeldungen wie immer entweder über den nette leute treff app per whatsapp oder einfach anrufen schon könnt ihr mit dabei sein bis dahin sage ich auf alle fälle genießt noch die restlichen tage lasst euch gut gehen tschüss euer nette leute treff tschüss euer andré wir sehen uns am freitag ich freue mich schau und auf bald